Hallo Ralf. Du bist in Nordheim, in deinem Wahlkreis und es ist Ostern. Und am 16.03. haben wir uns das erste Mal darüber unterhalten, wie ein Rettungsschirm aussehen kann für die Heilmittelpraxen, weil die ja irgendwie weiter bestehen müssen, damit die weiter für die Patienten da sein können. Und die Frage ist jetzt, eigentlich hatten wir gedacht, vor Ostern würde was passieren, aber bisher ist nichts passiert. Was ist denn jetzt Stand der Sache? Ja, also die Frage ist natürlich auch, kalendarisch war es Ostern. Heute ist Karfreitag und ich hatte die letzten zwei Tage auch wirklich einen guten Austausch mit dem Ministerium. Bin auch sehr dankbar, dass da auch wirklich der, wie sagt man so schon, neudeutsche Workflow vorhanden war. Und es scheint jetzt so, als ob wir eine Lösung haben, die wir jetzt auch präsentieren können, die auch jetzt umgesetzt werden soll. Ich bin auch dem Minister sehr dankbar, dass er da auch die Zeit gehabt hat, die Muße mit mir genau dieses Thema zu vertiefen. Okay, wir haben damals am 16.03. darüber geredet, dass die Praxen Liquiditätsreserve von der GKV vorgestreckt bekommen, die sie dann später irgendwann wieder abstattern können. Ist das jetzt der Plan oder gibt es inzwischen was Besseres, was anderes? Wie sieht es aus? Na, schlichtweg geht es ja darum, dass viele Praxen momentan aufgrund der Umsatzeinbrüche, Liquiditätsseinbrüche natürlich ums nackt über Leben kämpfen. Das war genau die Intention des Vorschlages am 16.03. Und wir hatten ja gesagt, dass wir die Maßnahmen, die sonst so wirken müssen, wie Kurzarbeitergeld, also sprich die ganze soziale Säule, auch wirken müssen. Und ich bin sehr froh, dass der Minister jetzt auch gesagt hat, jawohl, wir machen hier was. Und wir haben tatsächlich ein Ergebnis, was als Vorschlag jetzt so ein bisschen von mir finalisiert wurde. und damit haben wir ein sogenanntes Überbrückungsgeld, eine Liquiditätsbezuschussung der Therapeuten und Therapeutinnen, die selbstständig sind, auch erreicht. Und ich denke, das ist eine gute Lösung. Was heißt Zuschuss? Heißt das, ich kriege das Geld und darf es behalten? Ja, wir haben das, der Vorschlag, wie gesagt, 16.03. heißt ja, der Vergleich zum Vorjahresmonat, also April 2019 vergleichbar mit April 2020. Abzüglich aller Sachen kann man über vieles diskutieren, aber jetzt haben wir eine Pauschale ausgehandelt, schlichtweg, wo ich persönlich sagen muss, das sind jetzt, ich sage mal, die Zahl, um das jetzt mal offen zu sagen, sind 40 Prozent der Umsätze des Vorjahres bezogen auf das letzte Quartal, also da, wo wir auch schon wirklich die Erweiterung hatten. Und damit kann ich vom Prinzip ja umgehen. Das heißt, ich kriege für drei Monate 40 Prozent des Umsatzes, den ich im letzten Quartal 2019 gemacht habe. Korrekt, genau. In der Regel rechnen die Therapeuten ja alle zum Schluss des Jahres nochmal ab. Natürlich sind dort weniger Tage, das weiß ich auch, also Weihnachten etc. pp. Aber man schiebt ja nochmal alles rein, was in die Abrechnung reingeht. Und von der Seite rechne ich dort mit guten Zahlen. Und das ist ein nicht zurückzahlbarer Zuschuss? Das war meine Bedingung. Wir diskutieren ja momentan bei den Ärzten, ob das überhaupt zurückzahlbar sein muss, in welcher Form das vielleicht spitz abgerechnet wird. Und das ist ein Begriff, den habe ich tunlichst vermieden. Ich möchte nicht, dass die Therapeutinnen und Therapeuten, also die Selbstständigen, in die Problematik kommen, jetzt hier irgendwie aufzuzeigen, so und so viel hatten wir jetzt noch, so und so viel findet gerade statt. Die Variabilität in dem Bereich, was momentan noch geleistet wird, an, sage ich mal, an Überhängen, ist sehr hoch. Ich möchte unkompliziert, unbürokratisch und schnell eine Hilfe schaffen. Und deshalb keine Spitzabrechnung, keine Gegenrechnung, sondern ganz klar eine Liquiditätshilfe für die Therapeuten bezogen auf 2019, letztes Quartal. Das heißt auch, keine Verrechnung mit Kurzarbeitergeld, keine Verrechnung mit Soforthilfen, einfach so. Das ist meine Intention. Die habe ich heute noch mal mit dem Minister auch besprochen, dass ich schlichtweg 40 Prozent des Umsatzes von 2019, letztes Quartal, haben möchte. Aber bitte keine Berücksichtigung von Kurzarbeitergeld, von etwaigen Sachen, die da auch kommen, sondern unkompliziert, unbürokratisch und schnell und vor allen Dingen jetzt. Okay. Und die Frage, die sich noch natürlich stellt, ist, was mit den Hygienekosten, mit den höheren? Gibt es da für dich? Genau, haben wir in anderen Bereichen ebenfalls. Das habe ich auch soweit mit dem Minister besprochen. Natürlich haben die Heilmittelerbringer jetzt auch erhöhten Aufwand, was Hygienekosten, was Schutzmasken, Handschuhe angeht. Das wird mit berücksichtigt. Das machen wir in anderen Bereichen auch. Das halte ich nur für fair. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das jetzt ein Vorschlag, den du mit dem Minister gemacht hast oder mit ihm ausgehandelt hast? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass sowas funktioniert, dass sowas kommt, dass sich Spanien auf sowas einlässt? Wir haben gerade just in time miteinander korrespondiert. Ich bin gerade aus den letzten Gesprächen raus. Ich habe mit ihm noch die letzten Gedanken ausgetauscht. Ich habe auch noch mal ganz klar signalisiert, dass für mich die, und es wurde auch durch die Kanzlerin betont, machen wir mal nichts draus. Wir haben gesagt, wir sind systemrelevant. Die Kanzlerin hat gesagt, sie sind systemrelevant. Und deshalb musste jetzt schnell und bürokratisch was kommen. Und dann brücke ich mal ein Petitum, lieber Herr Minister, bei allem Respekt. Es muss jetzt was kommen. Und ich erwarte schlichtweg nach den Gesprächen, die ich auch heute noch mal hatte. Und da bin ich auch dem Ministerium, auch den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar. Und auch dem Minister auf den Karfreitag mit mir, die Sache zu studieren. Ja, ich glaube auch, die Therapeutinnen und Therapeuten haben berechtigte Sorgen. Und wir müssen, egal ob es O-Sinn ist oder nicht O-Sinn ist, eine Lösung schaffen. Deshalb war heute, ehrlich gesagt, der Tag auch wieder voll mit Telefonaten, mit Korrespondenzen. Und ich bin da auch sehr dankbar, dass die sehr offen und ehrlich geführt wurden. Und ich hoffe, der Minister hat meine Intention verstanden. Er signalisiert ganz klar, okay, in die Richtung kann es gehen. Und jetzt erwarte ich einfach in den nächsten zwei, drei Tagen ein ganz klares Signal. Okay, also das ist Respekt. Wir haben jetzt Karfreitag nach 20 Uhr. Und du kommunizierst mit dem Minister darüber. Wenn das klar geht, kann ich schon mal vorweg sagen, herzlichen Wirkwunsch oder ist es verfrüht zu gratulieren? Es ist so lange verfrüht zu gratulieren. Und das bin ich als Politiker gewöhnt, bis irgendwo das Ganze verschriftlicht wurde. Aber auf der anderen Seite, ich sage mal, ich habe hohes Vertrauen in unseren Minister. Er macht dynamisch viele Sachen, die gut sind. Vielleicht nicht jedermann immer auf den ersten Blick erkennbar und durchschaubar. Aber ich denke, wir sind ja auf einem guten Weg. Und schlichtweg, wenn ich was mache in diesem Falle, stehe ich mit sehr viel Herzen und sehr viel Engagement dahinter. Und ich vertraue hier einfach schlichtweg dem Minister, der sagt, er hat mir gesagt, okay, Herr Kühne oder Roy, so machen wir es jetzt. Und darauf vertraue ich einfach. Das ist auch Teil der Politik, dass man miteinander auch sagt, okay, wir ziehen das jetzt mal so durch. Hier gilt hoffentlich noch Handschlag. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich glaube, da fällt vielen Praxisinhaberinnen und Praxisinhabern in ganz Deutschland eine echte Brocken vom Herzen. Das würde ja bedeuten, dass wir keine Ostereier suchen müssen, sondern uns freuen können darüber, dass da was passiert. Vielen Dank, dass du dich so engagierst. Ja, Ralf, aber bei einem Respekt. Ich halte es für selbstverständlich, dass auch ich als Politiker mit Berichterstatterfunktion, Heilmittelerbringer, Hilfsmittelerbringer und Pflege sich dafür engagieren. Und ja, ich denke, wir sollten dankbar sein, aber auf der anderen Seite erwartet ja die Gesellschaft von uns auch Leistung. Also sprich von den Therapeutinnen, Therapeuten. Die Kanzlerin hat gesagt, und deshalb halte ich es nur für richtig, dass hier jetzt was passiert. Ich bin jetzt nicht im überschwänglichen Maße dankbar, sondern ich halte es für richtig und für konsequent, dass das jetzt verfolgt. Deshalb ja, danke an den Minister, dass er das jetzt tut, aber vielmehr danke an die vielen Therapeutinnen und Therapeuten, die draußen die Versorgung aufrechterhalten. Das benötigt Respekt. Und ich glaube, damit zeigen wir es auch. Ja, und alle die Patienten, die das auch brauchen und alle, die sich für die Patienten einsetzen, haben ja zu dich verdient, dass sie das auch irgendwie finanziell gut überleben. Genau. Vielen Dank. Das ist eine tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass du dich so einsetzt. Schöne Ostern. Herzlichen Dank an euch. Ja, schönen Ostern. Tschüss. Tschüss. Tschüss.